Servus, Grüezi, Chiara und Hallo! Bei uns ist heute schon Weihnachten. Also jetzt ist schon Weihnachten während ihr noch schlaft und wir feiern wir traditionell. Wie schön was das machen mit Brötchen. Genau. Und ich weiß, es ist hart für euch. Wir sind nicht da. Aber darum haben wir uns was für euch überlegt. Damit ihr nicht ganz in das Loch fällt. Zuerst würden wir euch eine musikalische Darbietung unterbreiten und dann eine kleine Weihnachtsgeschichte. Also macht das gut. Wir sehen uns im nächsten Jahr. Merry Kilimente, Merry Christmas, frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr. Auf uns, auf uns. Lassen wir es uns gut gehen. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year! Hallo! Hallo! Ach, das Nichtstun ist schon sehr süß, nicht wahr? Herrlich! Ach, die Ruhe! Das Nichtstun. Wir haben schon den schönsten Job der Welt. So viel Freizeit. Prost! Cheers! Prost! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020